jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf crypto anarchist der preis von xp ist heute bei 64 cent gerade wieder hochgegangen wieder ein paar prozente nach oben ein prozent hier bei xp an der stelle und auch orchid mit 28 prozent nach oben und bitcoin ist bei 29.200 wir gehen auch direkt rein und zwar geht es hier los mit einem vorschlag und zwar dass man in zukunft die content creator auf twitter doch in xp bezahlen könnte und dieser vorschlag beziehungsweise diese nachricht die wurde nicht einfach von irgendjemandem auf twitter so sich mal ausgedacht und man sagt dann sogar könnte man ja mal machen sondern es geht um den head of payments products bei ripple und der das ganze vorgeschlagen darauf gab es natürlich auch die antwort also wenn das hier wenn x also das neue twitter jetzt der beste platz im internet um ein einkommen zu generieren sein möchte so wie elon musk es beschrieben hat dann muss crypto auch bei elon im kopf sein hier sind meine persönlichen gedanken dazu was man machen müsste um das zu erreichen und natürlich geht es da eben auch um xp als zahlungsmittel auf der plattform und monika long wir kennen sie alle präsident bei ripple hat dann auch eine glühbirne dazu gepostet so im sinne von gute idee müssten wir mal übernehmen von daher schätze ich das ganze auch als sehr realistisch ein nicht unbedingt weil elon musk jetzt der größte xp fan der welt ist wo man sich ja sogar streiten kann sondern eigentlich viel mehr dadurch dass xp einfach mittlerweile einer der top coins ist nach bitcoin und ethereum mit sicherheit der größte coin wenn es jetzt einfach um so volatile coins geht und von daher sehr sehr wichtig dass man da in zukunft eine möglichkeit hat weiter xp zu nutzen ich glaube schon alleine deswegen wird das ganze auch adaptiert beziehungsweise akzeptiert werden einfach weil xp so groß ist schreibt mir gerne mal in die kommentare eure meinung zu xp als zahlungsmittel auf twitter maybe auch auf youtube was ihr davon haltet und ob ihr so ein feature auch nutzen würdet mal jetzt unabhängig von diesem kanal hier und dann geht es weiter mit einem neuen wettbewerber auf dem markt und zwar tun sie sind von edbi gedeckt und möchten dass wir den ganz großen namentlich swift aufnehmen in der stelle könnte man gewisse verbindungen zu ripple ziehen das ganze ist aber noch recht frisch von daher weiß ich noch nicht ob man da so tief spekulieren sollte aber trotzdem gibt es da einiges was dafür spricht gerade im heutigen markt hat man meiner meinung nach nur eine chance wenn man sich auch mit anderen großen player schon zusammen schließt also von grund auf etwas zu bauen was jetzt komplett neu ist und was irgendwie null unterstützung hat oder null rückhalt hat bis jetzt das ganze könnte schwer werden es geht hier sehr stark um cross border payments man kann innerhalb von 132 ländern bezahlen vier millionen bank accounts sind dort angeschlossen und auch drei millionen mobile wallets das ganze wird uns also an der stelle auch ein bisschen übernehmen und für sich nutzen und wir werden gespannt sein wie gut sie das schaffen zuletzt haben wir regulatorische klarheit für xp erlangt und jetzt kann man sich auch mal an die etwas älteren tweets zurückerinnern wie zum beispiel hier von tony wall und er schreibt hier über die regulatorische klarheit die zuerst angekündigt werden wird und das wird die tore öffnen für andere institutionen die aktuell noch auf der seitenlinie warten das ganze habe ich ja auch schon seit längerem so beschrieben und man könnte relativ einfach einen market cap sehen der in die trillionen hoch geht wichtig noch mal weil manche leute das immer gerne verwechseln wenn ich hier trillionen sage dann meine ich natürlich billionen denn in amerika hat man ja trillion weil die ja keine milliarden haben und noch mal ganz wichtig manchmal sage ich teilweise billen und leute denken ich meine billionen manche aber nicht mit billen mann ich haben milliarden nur kurz noch mal zur erklärung und der nächste schritt wird dann sein dass die imf und die fett ihr gewicht auch in xp hinzufügen oder throwing their weight behind xp dass sie auch hinter xp stehen so kann man das ganze betiteln und weitere announcements in dem bereich dass da xp genutzt wird würde mit sicherheit sehr sehr großes aufsehen auf xp bringen im positiven sinne ähnlich wie hugo fillen hier schreibt in er hat immer angenommen dass xp sehr hart verkauft werden würde nachdem die klage geendet ist denn primär steht xp ja für cross border transaktionen hugo fillen schreibt hier einmal über seine interpretation von dem xp preis er schreibt nämlich hier dass er angenommen hätte dass xp dann doch stärker abverkauft werden würde am ende der klage denn das ganze wirft xp und ripple ja auch schon ein paar jahre zurück so beschreibt er hier und sagt dann quasi rüppel hat zwar jetzt die klarheit aber dass erst zweieinhalb jahre zu spät in deren arbeit in der zwischenzeit konnten die herausgeber von stable coins natürlich umso mehr tun und ihre produkte weiter verfeinern und deswegen spricht der hier so ein bisschen ab gerade aktuell und am zahn der zeit zu sein ich sehe das ganze persönlich ein bisschen anders denn ich denke ripple war ja nicht untätig in den letzten zweieinhalb jahren man war ja nicht einfach so ja okay jetzt sind wir gerade vor gericht und deswegen machen jetzt einfach gar nichts mehr und alle leute hören auf zu arbeiten machen nur ein bisschen marketing und chillen da im gegenteil sie werden ja ihre entwicklung weiter vorgeführt haben wenn vielleicht nicht auf 100 prozent dann auf 80 prozent einfach mal so geraten und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher was hugo film mit solchen tweets erreichen möchte in welche kerbe er da hinein möchte wen er da bedienen möchte mit solchen tweets da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher klar seine eigene meinung aber so ein statement oder so eine meinung finde ich ein bisschen komisch ehrlich gesagt dann gibt es mit coinbase ein paar kontroversen denn der ceo hat jetzt vor kurzem angekündigt dass sie wahrscheinlich bald cardano also ada deal listen werden denn es geht um potenzielle klagen die eingereicht werden könnten gegen beispielsweise die cardano foundation und dann hätte man natürlich wieder das gleiche problem bei coinbase wie mit xrp damals xrp darf man jetzt realisten da gibt es jetzt so keine probleme aber wie lange hat es gedauert dass diese regulatorische klarheit auch dann schlussendlich da war zweieinhalb jahre und falls cardano jetzt vor gericht kommen sollte und es da irgendwie unstimmigkeiten gibt ob es sich bei dem ada token auch um eine security handelt dann ist eben fraglich welche anderen oder neuen argumente da vielleicht auf den tisch gebracht werden denn man wird ja nicht die ganze schose noch mal durchspielen wie damals bei ripple quasi dass man jetzt alle argumente noch mal genauso bringt also wenn man jetzt einen anderen fall da bemühen möchte dann muss man ja auch irgendwie noch neue sachen zu sagen haben andere sachen neue beweise neue punkte die zumindest mal gegen die cardano foundation gebracht werden können auch wenn ich es cardano also ada niemals wünschen würde dass es als security eingestuft wird muss man natürlich ganz klar sagen dass damals gerade aus solchen spaces wie zum beispiel dem cardano space gelinde gesagt nicht nur positives auf die xrp community zukam denn man hat schon sehr sehr stimmung gemacht hat auch teilweise bestätigt ja xrp ist eine security ist centralized endlich wird das mal vor gericht verhandelt haha gegen ada gibt es keine klage hahaha und ja so sind wir mittlerweile dann auch an dem anderen punkt lasst mich gerne meine kommentaren wissen wie ihr das ganze findet ob ihr sagt ja hat ada auch so ein bisschen verdient dass das ganze jetzt so passiert oder sagt ihr vielleicht sogar ada ist eine security gute frage dann gibt es am 9 august also jetzt am mittwoch um 6 uhr also 18 uhr ein twitter space hier zusammen mit dem krippenreiter von viet es geht um den xrp ledger und spezifischer um die automated market maker aber der ganze space ist auf deutsch also von den deutschsprachigen content creator gehostet und ich bin dort eben auch eingeladen wie man hier sehen kann vom krippenreiter bester mann zusammen mit anderen ehrenmännern und frauen hier wie zum beispiel finanzielle freiheit durch kryptowährung absoluter shoutout an dich brudi und ja ich freue mich da euch alle zu sehen ist zwar um 18 uhr muss ich sagen ein bisschen kritisch mit den videos hier ich würde vorschlagen am anfang ist ja immer noch ein bisschen vorgespräch guckt am besten um 18 uhr das video hier und dann kommt direkt in den space rein ich werde dann in dem video am ende den twitter auch noch mal verlinken hier natürlich könnt ihr auch decken in den space reinkommen aber ich glaube es wird sich an dem tag auch lohnen das video erst zu schauen und dann da vorbeizugucken dann gibt es noch ein paar spekulationen um den aktuellen preis wir haben ja alle mitbekommen dass der preis von ungefähr 91 cent mittlerweile auf 64 cent runter gegangen ist und das ganze bleibt ja nicht unbemerkt in der community ich sehe auch viele leute die sich darüber in den kommentaren beschweren als ob ich da was für könnte aber zumindest haben wir hier einmal ein paar support lines die in zukunft vielleicht relevant werden könnten auf der einen seite den 61 cent support dann den 60 cent support dann noch ein ziemlich krummer support von 59 62 und auch noch mal 58 so wird es hier von den analysten vorhergesagt könnte sich aber natürlich in zukunft auch noch anders entwickeln gerade wenn man jetzt auf ein paar höhere levels wieder kommen könnte dann verteilen sich die supports ja auch in zukunft wieder anders lasst mich gerne mal in den kommentaren eure meinung zu den nächsten preisbewegungen von xrp dazu wissen was ich eine ziemlich coole aktion finde ist hier von v chain da haben sich ein paar freiwillige zusammengefunden um den strand hier zu reinigen finde ich eine schöne aktion das sieht man hier einmal und hier wie chain block trainen for our better world und hier also da sind einige leute dabei gewesen die sich da echt angestrengt haben und müde haben props in die richtung und ich glaube so was könnte auf jeden fall auch ripple ganz gut veranstalten und durchführen ripple ist sowieso immer sehr bedacht darauf dass die image nach außen hin sehr sehr positiv ist sie spenden auch viel sie arbeiten viel mit anderen zum beispiel auch universitäten zusammen dort wo neue leute ausgebildet werden wo leute quasi hungrig auf wissen sind ich glaube in solchen bereichen könnte man sowas auch perfekt durchführen dann haben wir noch einen anderen space und zwar von uphold sie sind ja aktuell sehr auf der xrp welle und das sehen wir hier einmal ein neuer deep dive für ein bestimmtes thema und zwar natürlich wie soll es anders sein zum thema regulatorische klarheit in bezug auf xrp das ganze findet statt mit dr martin hisberg der head of research bei uphold und simon mc longlin der uphold ceo natürlich ist john edithen auch mit dabei ein sehr großer name im xrp space von daher das sollte man nicht verpassen wenn man da wach ist und am ende haben wir natürlich wie immer noch ein fun tweet hier einmal von coin matix und zwar in der geraden wäre das hier trainen ohne irgendein wissen ohne knowledge und dann hier rechts copy trading natürlich keine werbung für copy trading auch keine werbung hier irgendwie für mich exchanges aber trotzdem dieses meme template ist einfach ziemlich nice von daher passt das schon ich habe mich natürlich gefreut dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal wir sehen uns auch morgen auf diesem kanal wieder zu neuen news rund um den kryptomarkt allgemein bis dahin schreibt mir doch mal gerne in die kommentare was ihr so denkt zu den ganzen themen und gibt ein like oder des like wenn es euch gefallen hat dann sehen wir uns morgen um 18 uhr bis dahin leute tschau 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 als wiederum dann kann